Ich habe erstmal voll den Schock bekommen, wenn man hierher kommt, weil so viel Freiraum da ist und so viele Möglichkeiten. Es ist wie ein weißes Blatt Papier vor sich zu haben und es ist dann schwierig, sich nicht alle Ideen damit vorzustellen. Man kriegt sofort Lust, 10.000 Projekte anzufangen und 10.000 Bars zu öffnen und diesen und den Rave zu machen. Und man bekommt einfach irre viele Ideen und versteht dann nicht, wie... Also ich habe dann wirklich so eine Frustration bekommen mit den Menschen, weil ich nicht verstanden habe, wie man hier einfach nur rumsitzen kann sozusagen. Also warum diese Möglichkeiten nicht genutzt werden, seine Stadt mitzugestalten. Etwas, ein Privileg, was viele andere Leute aus anderen Städten gar nicht kennen. Manchmal hat man Lust, die Leute zu schütteln und wachzurufen und zu sagen, ey, das ist voll die Möglichkeit, nutzt sie bitte.